Mir war mal wieder langweilig, deswegen mache ich jetzt einen Teppich für meinen Cousin. Wenn ihr erkennt, was ich da für einen Teppich mache, dann Props an euch. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, wieso macht sie so ein komisches Motiv? Mein Cousin studiert gerade Medizin. Deswegen finde ich, passt es eigentlich echt ganz gut. Ich habe noch nie ein Organ getaftet, deswegen I don't know, wie das wird. Und da ich nicht Medizin studiere, habe ich keine Ahnung, ob das alles so richtig ist. Das ist einfach ein Bild, was ich online gesehen habe. Ich war eigentlich auf einer Gesundheitsfoss, also ich habe das Ganze mal gelernt. Ich erinnere mich nur noch an die Aorta und an irgendwelche Venen. Und es gibt irgendwelche Vorhilfe, aber ich habe keine Ahnung mehr, was wo ist. Klärt mich gerne auf in den Kommentaren. Alles, was ich blau mache, sind glaube ich die Venen. Auf jeden Fall war das auf dem Bild so beschrieben. Schreibt es mal in den Kommentaren, wie lange ich dafür jetzt gebraucht habe. Im nächsten Schritt mache ich dann diese Aorta rot.